Okay, ja noch eine zentrale Frage ist an dich, ist es ein zentrales System oder bist du dafür, dass es so schnell wie möglich dezentral ist, konkret, dass du zum Beispiel das was jetzt im Moment in der Wirbank zusammenläuft und ihr klärt, dass das so viel wie möglich Leute klären können. Ist das dein Ziel? Was ist das Ziel? Ist es mehr zentralisiert oder bist du darauf achten, um alles zu decentralisieren? Ja, die Idee war immer, wenn du das originales Dokument, das Master-Dokument liest, die originale Idee, also ursprüngliche Idee, das Master-Dokument war, wenn das Deutschland ist, dann wollen wir, die Zukunft ist lokal, also es sollen möglichst viele lokale Gemeinschaften, die Klebe, um Menschen wieder zueinander zu bringen. Nicht international, also in Hamburg, da wären es idealerweise 20 Gruppen, 50, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie groß ist. Wie viele Millionen in Hamburg? Wie viele Leute? 2 Millionen. 2 Millionen. 2 Millionen. 1 Millionen. 1 Millionen. 1 Millionen. 2 Millionen. 1 Millionen. 2 Millionen. Wir wollen es labor-intensiv sein, arbeitsintensiv, ja, viele Menschen, involviert, getauscht, 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 onwardiert, viele Menschen, involviert, und die auch dafür belohnt werden. Ya, reward, rewarded, rewarded for work. We don't want just one drum, We need, we need um several Portons, with the permission to do what you do. Is it possible? Sorry? The quick several? We need to meet several persons, hundreds, I don't know, with the permission to act like you is. Well, you act like that, do it. I don't quite know if I've got that quite right. The only thing I can try and show is like walking through a minefield. A minefield? There are two ways through it. I can give you a map and then say, off you go. Or I can walk through it and then the people follow the steps like going in snow. This one is probably a lot more easier. And probably more sensible. And probably noch eine Frage ist, das was ihr jetzt tut in England zum Beispiel und wir sehen dieses auf Deutschland bezogene lokale, dieses lokale wachstum, wann macht zum Beispiel hier in Deutschland ein oder das oder zwei oder hundert oder tausend das was du jetzt oder was ihr jetzt in England macht. Also dieses Clearing. Und wann wäre es möglich, dass die Leute hier die Clearing machen, wie du und Karin jetzt? Was wir wahrscheinlich tun müssen, ist, dass wir dieses EFT-Formular zusammenbauen können. Und was wir können wahrscheinlich machen, ist es, es wird sagen, Correspondent oder Associate Office. Also, dass wir dieses EFT-Formular so entwickeln. So, give me a region in Hamburg, electronic fund transfer, or electronic fax transfer, or type of thing. So, is there a region in Hamburg, is there a district called? St. Pauli. So, Hamburg, St. Pauli, Hamburger, is that the name of a set? St. Pauli. And the other long words? Altona? Altona. Altona. Altona, yeah. Altona. Altona. So, something like that. So, the idea, and we need to see what the reaction is, because what could happen then is, they send, so in this area, somebody presents their LLT to the bank. The bank, instead of, they maybe get in touch with us, or we look to have it cleared here. But what we need first is, we need a small office or a small place where people could work from or be working from as a small group. We need a small room or something like that, where people could work from within a small group, and this electronic fund transfer, this EFT thing, so to show that it's clear that there is a filial working. And so, we have to look into this a little bit, because in America it seems to be the way to go. Because it's now domestic, it's domestic, it's within the country. So, if we do this in Germany, Yeah. So, if we do this in Germany, Yeah, but to do this here, you have to be probably quite a strong group. Because I don't know how they will react. Because I don't know how they will react. I think it should be okay, but I don't know. Yeah, I don't know. So that's a question I can't answer. But the, and that's just a practical aspect. It's, it's, it's set to happen in America. In Canada, it's not been done at the moment, but it could well be. So, yeah, so that's the best way. So, all you're doing is, you're representing UK over here. Okay. Also, vielleicht sollten wir die letzten paar Minuten nochmal zusammenfassen für Jo. Ja. Weil das war seine Frage. Richtig. Okay. Da bist du toll, Axel. Korrigiert mich bitte, falls ich irgendwas. Du hattest ja die Frage gestellt, ob diese Dezentralisierung, ob die angedacht ist. Auch beim Clearing-Verfahren. Bitte. Er sagt, Peter sagt, grundsätzlich würde er es sich wünschen, dass es so ist, dass in kleinen Gruppen Clearing-Stellen entstehen überall. Er hat dann das Beispiel hier gemacht mit Hamburg-Altona und Hamburg-St. Pauli als Beispiel. Er ist sich aber noch nicht sicher darüber im Moment, wie dann die Gegenüber, also die Banken, reagieren würden darauf. In den USA scheint es so, dass es funktionieren kann. Also zumindest bahnt sich es dort so an. Aber wie es hier ist, gibt es halt keinerlei Erfahrungswerte. Und deshalb ist er der Meinung, dass die Gruppe, die das dann, diesen Versuch macht, hier in Deutschland, dass das eine sehr steige Gruppe ist. Ich schätze mal, er meint damit also auch... Uns. Er meint uns. Ja. Ja. Genau. Und steht uns. Ja. Okay. Exactly. So, I'm only mentioning this realistically. Because what I can do is different than what you can do. Yeah. But we don't have an office, you know, an office where people can come and visit, really, as such, in the UK. Right? So, if, over here, what I think is the best way... Is as soon as we are here, sobald wir Phase 3 erreicht haben, which we are immediately... Yeah. Is... Is the following. Is the following. Okay. So, you have a small center, a little room or a office or whatever you want. Nothing high profile. Nothing high profile. Yeah. And the cards are charged in the office. So, the people who, for example... Karten werden innerhalb dieses Büros dann belastet. Yes. Just like in the old days, when there was no card, you had to, you had a little book. And you would come to the bank on a Saturday morning. Schwabung. Schwabung. You'd look at your book. They put it in the machine after you take out 200 marks. And then it would stamp it. And off you went. If you wanted any more, you had to go back and physically present. So, that's what we could do. So, the card, you have the card for a while, well, have a look while we're here. And you use the card for payments. Then when you need it recharging, you physically go to your little office. They look at your account. Yeah. And they will put more on the card. So, they also regulate or look at the work hours. Okay. Because don't forget... Stop. Yeah. ... 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